Jo, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Letzblisten, Neupe Elite 4. Wir machen wieder weiter mit unserem Freund, unserem Lieblings-Neupe Elite. Die Feinde sind gerade am suchen, aber das hat sich jetzt relativ schnell wieder erledigt. Ich glaube, so viele Megafielfeinde müssten wir eigentlich gar nicht mehr haben. Wir haben den Pop-Voy erledigt. Wir müssten ja einen absoluten Big-Boys töten. Kapo heißt er hier. Piero Kapo. Den müssen wir töten. Das ist das oberste Ziel. Aber jetzt erstmal noch eine kleine Nebenaufgabe, nämlich alle Soldaten, die noch zu töten, hier so rumrennen. Weiß weh, hier liegt eine Leiche. Nehmen wir die mal mit. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil unsere Herzfrequenz ja hoch ist. Ich arbeite teilweise ein bisschen mehr mit Geschwindigkeit. Als ob sie uns sehen würden die ganze Zeit. Wir haben aber nicht so viele Gefälle, die dürfen wir gar nicht mehr haben, liebe Leute. Da oben sehe ich einen, das ist klar. Warte mal, den schleiche ich mir. Den hole ich mir, den Typen. Der kommt jetzt wieder auf den Zugelaufen. Das ist mir gefällt mir nicht. Okay, der geht weg. Das ist noch ein zweiter dahinter. Minimum noch ein zweiter dahinter. Der ist hier lang gelaufen, hier links irgendwo. Okay, der müsste hier oben irgendwo sein. Das war jetzt bewusst, dass ich den jetzt mal nicht weggeschossen habe. Da oben sind auch vier Gegner also. Halt ich den mit Leiche mal mit. Okay. So, weil lieber die Leiche verstecken, bis vor die... So, bis vor die jetzt irgendwie auf die Idee kommen. Hey, da könnte eine Leiche liegen. Da könnte irgendwo einer sein. Ich will die Leiche suchen. Ich behalte auch mal eine Springfield. Mehr finde ich nicht. Okay, wunderbar. Dann bleibt das auch bei der Springfield. Magazin, größer, plus fünf. Schaden, Geschwindigkeit, Schussfolge. Ich könnte die ja holen, ne? So. Okay. Dann muss ich mir jetzt doch die paar Jungs hier holen, die irgendwo noch rumschleichen. Die Frage ist, wo sind die? Na, wo sind sie? 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 Okay, das sind doch noch ein paar. Das sind nicht ohne. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sind sie richtig Zähler? Ich glaube, vier mehr dürften sie nicht sein. Also kriege ich sie relativ easy down. Das heißt, ich muss mir jetzt gerade mal nur einen Weg suchen. Wie komme ich an die Gegner an? Ich bin jetzt nur fünf. Zwei, vier, sechs, sieben, nein, acht sind sogar. Okay. Acht sind sogar nur. Noch. Neun. Naja, wieder muss ich. Da muss ich es doch so machen. Der wird nichts sagen können mehr. Aber natürlich wissen die anderen jetzt, dass wir hier irgendwo rumlaufen. Ja, was für eine Kacke. Ich brauche eine Position, wo ich ein bisschen arbeiten kann. Nämlich hier am besten. Sag mal, ist es mal gut jetzt hier? Guck mal, jetzt hier. So, der ist down. Ich muss jetzt zepfas zepf arbeiten. So, der ist tot. Meine Fresse. Scheiße. Scheiße, dich holt's. Scheiße. Ja, die kommen jetzt halt nicht mit, irgendwas mit Verstärkung oder so. Fuck you. Weil der nicht auf den zielen wollte, sondern immer so ein bisschen gewartet hat. Scheiße. Scheiße. Oh man. Dieses Problem. Die haben hier eine Möglichkeit, sich gut zu verstellen. Hau ab von mir. Gefällt mir gerade nicht. Ich muss hier mal gerade ganz kurz raus. Komplett. Scheiße. Scheiße. Ich muss hier mal einfach raus. Ich muss hier mal! Ich muss hier schlafen. Ich muss hier mal. Ich muss hier mal! Das ist echt so cool. Ich muss hier mal rein. Also, alle Leute, die sind dann auch hier nicht zu vertreiben. Ja, jetzt ist mal gut, ey. Am Baum vorbei, in den Held, in den Hals. Das sollte er da nicht in den Futschen Hals bekommen. Ich muss alle Soldaten töten, das ist das Problem an der Sache. Das ist die Hauptmission jetzt. Aber der. Was ist der denn? Da oben irgendwo. Oder? Ne. Na, leck mich doch am Arsch. Ein paar Mal auf jeden Fall noch. Das ist gut, jetzt die Kontrollpunkte werden anders gespeichert hier. Ja. Ja. Boah, Alter. Was ist die Mission jetzt gerade? Kriege ich die beide nicht runter? So. Wieder einer weniger. Sie haben sich's geahnt. Jetzt ist mal Jute. Sonst ist nichts mehr zu finden. Okay. Was ist das? Wieder mal ein paar Leute mitgenommen. Alter. Endlich. So. Es sind jetzt vielleicht noch drei. Okay. Na, vier sind sogar noch. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen hin und her. Das ist das Problem an der Kacke jetzt gerade. So. Heilen. Keep him. Und bye-bye. So, viele haben wir es... Viele dürften es nicht mehr so sein. Ich sehe jetzt noch vier spontan. Na, Mann. Oh, lass mich doch in Ruhe. Ich sehe noch. Er ist unter Sichtweite getogen. Denk mich doch. Der hält sich. Entsucht. So, jetzt ist es mal gut. So, war mir klar, dass sie jetzt gar nicht kommen. Das sind doch so viele Feinde, ne? Das sind aber Feinde. Oh Mann, ja, weil die doch da zu zweit stehen. Ja, wir müssen jetzt natürlich Step-by-Step arbeiten, wirklich langsam. Mann, 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 was ist denn los, ey? Okay. 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 So, den hat es mal erledigt. Okay. 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 Ja, Schütze. Es gibt nur einen und das bin ich. Bam. Erledigt. Cool. Okay. 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 So. Ja, den hat es auch erledigt, den Kollegen. So. Der ist tot. So. 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 Haben wir das auch? Haben wir das Ding weg? Ja, haben wir. Gut. Ich glaube, dann haben wir hier nämlich alles gekleert. Dann gehen wir nämlich da jetzt hin. Das würde ich sagen. Wir müssen nämlich noch ein bisschen was tun. Das Gute ist, wir haben wieder Gegner. Das ist alles. Wir sind ja jetzt gesehen. Wacht, der eine. Ah, jetzt haben wir wieder so ein bisschen Nachschub. Warte mal, den einen kriegt gestaunt. Dann krieg ich den Zweifel direkt hinterher. Guck, ob der eine noch mitgeht. So, tot. Beide. So, Nierentreffer. Und tschüss. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Nerv dazu, jetzt gerade irgendwas zu machen. Na, super. Jägerkill. Fuck you. Ja, da kommt Freunde. Ja, da kommt Freunde. Ich glaube, das müsste das Fahrzeug sein. Oh ne, das ist kein Fahrzeug, das ist ein Headshot gewesen vom Fahrer. Was ist ein Fahrzeug, das ist einfahrzeug, das ist ein Fahrzeug. Ja, da ist ein Fahrzeug. So, der ist tot. Es gefällt mir gerade nicht, dass ich voll im Kreuzfeuer sitze hier. Guck mal, mein Freund. Irgendwann ist mal sehr, sehr gut mit uns. Sonst nichts. Super, dann mach die auch weg. Ja, da bin ich also. Boah, was geht noch hier ab, Leute? Ich dachte mir, ich hätte zu alle Feine weg, aber nein. Da kommt doch einfach mal ein Winter her. Gut, dann würde ich sagen, wir mal Feierabend. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Snipernitel 4.